Auf unsere Lachmuskeln folgt eine akustische Reise ins Land des Flamenco und der Stiere nach Andalusien. Die Gitarrenklänge wurden von einem einzelnen Reiter interpretiert, der als Barquerum mit der Originaltracht der spanischen Rinderhürden gekleidet ist. Mit der Garocha, der Holzstange, die er sonst für die Arbeit mit den Stieren gebraucht, zeigte Jesus Morales zunächst klassische Elemente der spanischen Reiterei. Aber dann steigerte er sich geradezu in einen Bewegungsrausch. Lassen Sie sich mitnehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Gitarrenklänge Die Gitarrenklänge Die Gitarrenklänge Der Gitarrenklänge Die Gitarrenklänge Applaus 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 Vielen Dank. Applaus 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 Applaus